Ein weiteres Smart Lab Beispiel ist das Planetenquiz. Hierzu klicken Sie auf das Smart Lab Symbol in der Kopfleiste. Es öffnet sich ein Fenster und Sie können unter verschiedenen Aktivitäten auswählen. Als Beispiel klicken Sie auf die Aktivität Monster Quiz und wählen Sie Multiple Choice aus. Nun können Sie beliebig viele verschiedene Fragen und mögliche Antworten eingeben. Wenn Sie Ihre Fragen und Antworten eingegeben haben, klicken Sie auf Weiter und fertig. Jetzt können Sie das Quiz starten und die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, unter der Webseite classlab.com unter dem angezeigten Code dem Quiz beizutreten. 2. 3. 4. 5. 5. 6.